In Linz ist für Sonntag eine Pro-Palästina-Demonstration geplant, an der etwa 500 Personen teilnehmen sollen. Die Polizei wird die Veranstaltung überwachen, obwohl sie keinen Grund für ein Verbot sieht. Die Demonstration im Linzer Volksgarten soll das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen thematisieren. Laut Polizeieingaben gilt der Veranstalter als gemäßigt und distanziert sich von der Hamas sowie von jeglichem Antisemitismus.